Ich muss sagen, Ich habe ein bisschen Mitleid mit Eiern. Ständig sind sie Vorurteilen ausgesetzt. Höchstens ein Ei pro Woche. Eier machen dick. Zu viele Eier sorgen für Herzinfarkte. Ich verstehe es nicht. Dabei vergessen die Leute irgendwie immer, dass Eier zu den nährstoffreichsten Lebensmitteln überhaupt gehören. Sie enthalten Vitamin A, Vitamin E und Vitamin D. Außerdem Eiweiß und das stimmungsaufhellende Tryptophan. Wenn wir also Eier essen, sind wir glücklich. Außerdem enthalten Eier Carotinoide, die wichtig für die Sehkraft sind. Warum sollten uns diese Effekte verwehrt bleiben? Vielleicht denkst du da einfach mal drüber nach. Wow. Bevor du dieses Video einfach ablaufen lässt, finde ich, solltest du noch auf den Abonnieren-Button klicken, den du unter dem Video siehst und fast noch viel wichtiger, klick doch mal kurz auf den Link in der Infobox, denn da haben wir sieben Performance Snacks für dich zur Verfügung gestellt. Die sind super schnell zuzubereiten, falls du mal keine Zeit hast und geben dir langfristige Energie. Ich würde mich wirklich sehr freuen und wir sehen uns bald. Ja, war es cool oder war? Hat mir gut gefallen.